Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Stealth Assassins Und ja, genau, wir waren hier beim letzten Mal, waren wir stehen geblieben bei, also wir haben den Piraten gekillt, den Boss von denen Und jetzt müssen wir für Prinzessin Kiku ein Kraut uns besorgen, weil sie ist langsam am Verblinden Genau, und dafür sollen wir jetzt wieder in die Berge gehen Ich nehme mal das mit, nee, das brauche ich eigentlich gar nicht Ich nehme das mit, den Panzer nehme ich mit Und noch ein paar Bomben, nee, die brauche ich ja nicht, die nutze ich ja nicht Dann nehme ich noch ein paar Bomben mit, fünf Bomben ist mir jetzt scheißegal So, dann würde ich sagen, fahre wir direkt mal an hier Oh, heile die Prinzessin, oh, sieht aber schön aus Summit, was heißt das? Ah, geil, es geht direkt Ah, okay Eine sehr lineare Karte, das finde ich sehr schön So, da geht's, da ist doch direkt einer, ah, schaut mal Überall lauert's hier von Gegnern, ey Das ist doch, ah, das ist doch einer, oh mein Gott, hab ich mich erschrocken Oh, den hab ich ja gar nicht gesehen Nein, diesmal nicht Ah, doch jetzt, nein, der dreht sich wieder rum Ich kenne langsam eure Mechanik, meine Freunde Oh, geile Mucke, auf jeden Fall Nein, hier ist keiner, mein, mein Gott, ey Alter Jetzt sehen mich hier zwei Hallo So Ey, das gibt's nicht Ey, ich hab doch grad erst mal angefangen Lass mich doch erst mal ankommen hier Und wenn, der dreht sich jetzt rum Natürlich dreht er sich rum Wie, wie immer, ey Es ist wie immer Fuck Es ist wie immer, nur weil ich wieder nicht warten kann, ich Idiot Hau ab Das gibt's doch nicht, ey Das gibt's doch nicht Direkt Direkt entdeckt worden Jetzt rett er sich noch mal rum Ey Das gibt's, das gibt's ja wohl nicht Da ist der Nächste Oh Ey Fuck mich doch nicht so ab, ey Ah, warum rennt sie auf einmal Mein Gott, ich kann nicht weg Ja, ich Irgendwie so ein scheiß Baum hier Ey Hau doch ab Hau doch ab Jetzt war ehrlich Ey, was für eine Scheiße ist das Ich starte die Aufnahme gleich neu, ey Das ist doch ein Abfuck hier, wirklich Ey Das ist diese Typen Bei Tencho 2 konnte man die immer so austricksen Aber jetzt hier Hier geht's nicht mehr Ey Ey, wie oft will der mich jetzt noch entdecken? Ich hoffe, dass das jetzt nicht immer zählt Oh, ey Jetzt komm Oh, endlich, ey Mann, ich bin gerade von der Arbeit gekommen Und da kommt jetzt hier der nächste Stress Ich wollte eigentlich gemütlich aufnehmen hier Aber, naja Mann Mann Das ist doch schon wieder Ich hoffe, dass das nicht alles zählt Ah Ah Ich hoffe echt, dass das nicht alles zählt jetzt Mann, du Wichser, ey Tut mir leid für den Ausdruck, aber Das hast du jetzt aber wirklich mal verdient, ey Großmeister kann ich das, glaube ich, echt knicken, ne Wobei, nee Das ist ja der erste Teil, ne Großmeister kann man Ähm Ah Wo? Rechts Hä? Nö Nicht rechts Wo denn? Ach, da ist der Alles klar Also komm Und Zack Da bist du weg Was hast du hier für eine Knarre? So eine Knarre-Waffe Eine Blumenwaffe, okay Ah Ah, das ist ein Tier, okay Ah Mal gucken, ob da noch irgendwo ein Gegner rumläuft Ne Alles klar, dann nicht Ah, geile Mucke Haha Geile Mucke auf jeden Fall So, ich habe einmal meinen Oh Mein Rechner wieder Ich weiß nicht, was das ist Also Ah, Sound, Wax Alles mögliche dabei Und zack Nein, wo denn? Oh, hat mich da schon wieder so ein Penner entdeckt, ey Oh, Mann Äh Äh Wo denn? Wenn ich da rauslaufe, sieht er mich direkt Es ist Ja Ja, es ist Vor allem aber wo? Ich habe den Ach, da oben Alter Der kann Der kann durch Wände gucken, oder was? Ey Ich dachte, ich habe die Gegner-Mechanik hier verstanden Aber dann passiert wieder so ein Müll Was macht der? Das sind zwei, okay Ah, da rechts kann ich ihn beobachten So Oh, nee Das ist doch schon Oh, zwei Stück Alter Schwede Ne Ah, das ist jetzt schon wieder so eine Blöde Situation hier, ey Ich muss irgendwie Hier hinter dem Baum kommen Alter So Du bist weg Und du bist weg Boah Alter Ja, geht mal bitte sterben, ihr beiden, ja Oh, Mann Aber das war gut Das war gut, dass ich da jetzt zumindest nicht Entdeckt wurde Was ist das hier? Das ist ein Abgrund Wieder so ein sinnloser Abgrund Wie es die beiden Schuhe immer gibt Oh, Mann, oh, Mann Ja Da gehe ich wieder auf einen zu Ja Da Da ist er Komm Ah, nein, nein, nein Ich traue mich Ah, doch, der Ich weiß nicht Ich traue mich nicht, ne Seht ihr das? Diesmal nicht, Junge Diesmal nicht So Aber ich finde die Musik geil hier Auf jeden Fall Das reicht nicht, oder? Ne Nein Ah, shit Oh Und geh Fall in den Abgrund Komm Fall in den scheiß Abgrund Ja Oder Nein Nein Fall in den Abgrund Oh Ich wusste es, dass der sich wieder rum Ah Da ist noch einer Ich wusste es, dass der sich wieder rumdreht Ey Mann Ist egal Ich will ja nicht mehr fluchen So, er hat sich richtig rumgedreht Ah, was ist das hier? Ja, jetzt kann ich es wieder vergessen Es sei denn, er dreht sich jetzt richtig rum Ja Ah, ist auch gut Okay So, dann hier Oh, es ist Ah, hier muss ich hin Okay Aber was ist denn hier oben noch? Hier unten, da ist doch noch Ah ne, da ist nix Ah, da hier muss ich hin Alles klar Äh, das ist eigentlich jetzt schlechtes Gameplay von mir, aber Wow Ich probiere es mal Ich mache mal ein Safe State und Kann ich da hin? Kann ich da hin mit dem Kletterhaken? Kann ich da hin? Hä, wie geil Ich kann hier hin Aber was ist hier? Gar nix, schade Yo, wie geil Ich bin hier auf dem Wasserfall So So, dann gehen wir bitte da hin wieder Hä? Aber da ist, da war irgendwo ein Gegner Nein, nicht so So, ja Da war irgendwo ein Gegner da hinten Ach, da oben, ja Da oben wahrscheinlich drauf, hä Aber das klang Ah, da, da, da Oh mein Gott Wo denn noch? Das hat mir Das hört sich mir nach einem Tier an Ja Egal, ich gehe da jetzt hin Nee Oh, fuck Egal, komm Ich habe ja gespeichert Oh, dieser scheiß Feeder Ah, ich hange mich da Da an So, komm schon Nee, mach da nicht Oh, Mann Halt dich doch fest Warum hält der sich nicht fest? Der hält sich da nicht fest Nee Ey, was Oh, was ist das für eine Schirr Fiese Stelle Eine richtig fiese Stelle hier Wie soll ich das machen? Wenn der sich nicht da festhält So Dann probier's nochmal Geh mal da hin Ah Ja, natürlich Oh, nee Ich bin sowieso Äh Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, Alter Ey, was ist das für eine Fuck-Stelle Oder muss ich erst Moment Ich muss wahrscheinlich erst den Typen da hinten killen Da Oh, Alter Diese Abgründe Das würde aber mehr Sinn machen Oh, kommt doch nicht hier hin Das würde aber mehr Sinn machen Auf jeden Fall Oh, jetzt Geh doch weg Oh Warum kommt der hier hin? Ey Warum kommt der hier hin? So, jetzt Oh, jetzt Jetzt, 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 jetzt Wenn der sich das rumdreht, ne? Ne Aber da ist das Vieh da oben Es sieht mich immer noch Ah Okay, da ist das Vieh Aber da könnte ich jetzt Ah Oh mein Gott, okay Ist noch, Alter Jetzt muss ich beide beobachten Okay Aber das Vieh steht so richtig rum Aber das Vieh sieht mich glaube ich nicht Ich muss nur auf den Ja, weiß ich nicht Muss ich da jetzt nur auf den Typen achten Oder Ah, das Vieh geht weg Okay Und der ist jetzt auch richtig rum Alles klar, komm Schneller Schneller Oh, Gott sei der Oh, Seitenkill Zack, genau Was machst du denn? Jetzt hat mich das Vieh gesehen Oder was? Da ist noch einer Oh Also, wie viele Leute hier sind So, da hinten Ich hoffe mal, das reicht trotzdem noch für Großmeister Ich glaube zwar irgendwie nicht dran Aber Es ist der erste Teil Ah Dahinten ist eine Granate Und noch irgendwas Ah, da ist das Kraut Oh, viele Items Oh, die will ich alle haben Die will ich alle haben Erstmal so Dann, äh, ja Kümmere ich mich erst mal um das Vieh da hinten Ey Ey Blödes Vieh, ey So Beruhig dich mal Beruhig dich mal So, jetzt Kann ich mich hier doch so anschleichen? Ja, kann ich Pennt der oder was? Nee Ah, jetzt Jetzt, 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 jetzt Sag, weg mit dir Oh, Mensch Hab ich, ist hier noch irgendein Ah, hier ist noch was Moment Hier ist noch was Stopp Das ist ein Abgrund Oder was ist das? Ja, das Das ist wohl ein Abgrund Ah, aber hier Ist das ein Secret hier Oder was ist das? Ich speichere das mal ab erstmal Ah Ah Oh, ich bin erschrocken Oh mein Gott So Jawohl Okay, sehr schön So, zack Da bist du weg Mann, ey Ja, hier ist Hier ist noch irgendwo Noch irgendwo ein Gegner Hier oben irgendwo Ah, diese Soundboxner Hier Oder was? Wo ist der? Ey Mach Verarsch mich nicht, Spiel Ich weiß, dass hier ein Gegner ist Ja, natürlich Und jetzt Ja, nee Es tut mir leid Ich hab hier mal ein Save gemacht Das war aber doch Das ist extrem unfair, ey Nein Egal, jetzt lass ich das so Das ist doch extrem unfair Wo ist denn dieser Bogenschütze, ey? Da oben ist der Da oben ist der Pennei Und ich bin wieder zu früh Ne, diesmal nicht, Junge Diesmal nicht Jetzt hat mich da noch einer gesehen Ey Ey Was ist denn das? Mann Das soll ein Speer sein, okay Das sieht eher aus wie eine Tuntenspeer Aber egal Oh Es ist so schlecht, was ich hier mache Es ist so ein schlechtes Gameplay Es tut mir leid Es tut mir leid Aber irgendwie Ich weiß auch nicht Oh, dreh dich doch Ja, ich bin nicht der Beste in diesem Spiel Wie gesagt Aber ich hab Spaß Und auch wenn ich hier nur am Rumpf fluche Was soll Was sollst du gesehen? Was hat der gesehen? Was hat der gesehen? Das verstehe ich nicht Ey Hau doch ab Oh, Junge Das verstehe ich nicht Was hat der gesehen? Was hat der Spasti gesehen? Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ey Was hast du gesehen? Oh, jetzt sterbe ich auch noch an dem, oder was? Oh mein Gott, geh hoch Oh Jetzt sterbe ich auch noch an dem Was hat der gesehen? Ey Wie kill ich den jetzt so? Ist mir scheißegal Oh, jetzt sterbe ich mich selber mit der Granate Oh 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 Nee Oh, ey Trink die Scheiße Was soll das? Was hat der gesehen? Warum ist der auf einmal hier hingegangen? Ältere Ey Ey, was sieht der? Was sieht der? Was Sieht der da die ganze Zeit? Ach da, okay Oh Mann, Alter Hä? Okay Alter Schwede Oh Ist das schlecht Ey Die Gegner sehen mich auch irgendwie wegen nix Kann das sein Ich geh mal runter Zwei Wo kommt der zweite her? Wo kommt der zweite her? Das gibt's doch nicht, ey Fail-Folge Alter Richtige Fail-Folge Jetzt Ne, dann kill ich die jetzt so Ist mir scheißegal Ich kill die jetzt so Ich weiß nicht, wo die Gegner herkommen Wo kam der Wo kommt der Bogenschütze her? Wo kommt der Bogenschütze her? Ja, dann geh Alter Zack Zack Geh du in den Abgrund, bitte Ah, nee Das klappt nicht Und Ihr Wichser, ey Ihr Ne, das ist mir jetzt egal Das ist mir jetzt egal Oh Das ist mir jetzt egal Ehrlich Wo kam der Bogenschütze her? Da war doch keiner mehr Alter Richtig failig Richtig schön failig, ey Es muss ja sein, ne Es ist mir jetzt scheißegal Ich spiel weiter Äh Ich will mit meinen Saves Jetzt halt nix Beschönigen Wenn ich schlecht spiele Dann spiele ich halt schlecht Ne Es ist Ja Wie gesagt Es tut mir leid Wenn ihr jetzt hier Die Perfektion erwartet habt Aber Das geht manchmal einfach nicht Bei mir Und bei diesem Spiel Ich weiß nicht warum Zum Beispiel Warum hat der sich da rumgedreht? Was hat der gesehen? Dann Äh Wo kam der nächste Wo kam der andere Bogenschütze her? Das ist einfach so Einfach so Keine Ahnung Irgendwie komische Spielmechanik Und ja Ich weiß nicht Nimm dir die Items Ich weiß es halt nicht, ne Das ist halt die Sache Ich weiß nicht Wo da dieser Bogenschütze herkam Auf einmal Tut mir leid Wenn ich eben ein bisschen rumgeschrien habe Aber Es ist einfach so ärgerlich Man denkt man ist gut Einigermaßen gut dabei Und dann passiert so ein Müll Naja ist egal So hier verspeicher ich aber auf jeden Fall Weil das ist Wenn ich daneben springe Ja genau Genau Frage ist jetzt Wie komme ich da hin? Ah wie soll das gehen? Warte mal So Und Ne Hä? Wie soll ich da hinkommen? Wie komme ich da hin? Da ist das Kraut Ja Aber wie komme ich da hin? Mit dem Sprung geht es ja nicht Mit dem Sprung geht es ja nicht Moment mal Ah doch Okay Alles klar So Nimm dir die Granate Und das Kraut Hä? Das Kraut? Es ist nicht das Kraut Oh man Okay Wo muss ich dann hin? Da Der hält sich Doch Der hält sich fest Okay Alles klar Dann ist jetzt die Frage Wo ich hin muss Ich dachte das wäre das Kraut gewesen Aber es war es nicht Moment mal Vielleicht da oben Wo die Typen mich eben so genervt haben Hier So Halt dich da mal fest Ja ist auch okay So Dann Einmal da rein Vielleicht ist ja Ah ne 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 Hier war ja die Scheißstelle Mit den Mit den Oh mein Gott Mit den zwei Typen Ey Das ist krass Was für ein krasses Level auf jeden Fall So Hier war ich ja Ne So Dann Geh mal hier hoch Und hier hoch Es muss irgendwo oben sein Haben die gesagt Glaube ich Ne Aber wo Wo soll das sein? Vielleicht da? Immer dahin Ah es geht nicht Das ist ja jetzt nicht schlimm Da werden wir ja nicht entdeckt Und so Ah Vielleicht hier Hier drin Ne Hä Hier ist nichts mehr Ah Hier oben Da ist noch was Schaut mal Ah Mensch Gegner sind hier auf jeden Fall jetzt alle tot Aber ich glaube nicht dass das für Großmeister gereicht hat Boah Was ist das denn hier? Ah Vielleicht Ah Das geht hier noch weiter Krass Okay Vielleicht ist das hier? Ah Hier ist noch einer Ah Okay Oha Überraschung Das hätte ich jetzt nicht erwartet Hätte ich jetzt nicht erwartet Muss ich ehrlich sagen Dass hier noch ein Typ ist Den kennen wir immerhin noch schön So Alles klar Da ist noch einer Hier ist wieder ein Abgrund Wie gemein Alter Ah Da Okay So Oh Mensch Das ist aber ein sehr steiniger Weg zu dem Kraut Also Wow Ah Da ist noch einer Da kommen hier auf einmal noch Gegner Okay Wetten Der sieht wieder irgendein Phantom hier Ja genau Ah der sieht die Leiche wahrscheinlich jetzt Oh Mann Ne Okay Wetten Der dreht sich jetzt rum Es ist doch immer so Ah ne Okay Oh Ey Hallo Da ist noch ein Kraut Vielleicht ist es das Da ist noch so ne Blume Vielleicht ist es ja das Ja Ja geschafft Prinzess Ich bin auf meinem Weg Und was kriege ich für einen Rang Ja Ninja Meister Es war ja wieder klar Elf Ball entdeckt Weißt du Oh Aber es geht noch Ich hätte jetzt so ernst mit Ninja oder so gerechnet Naja Schau mal Okay Einen habe ich noch irgendwo übersehen Aber ist scheiß drauf gekommen Weil 20 Gegner gab es da Das sagt die 20 aus Genau Ja Last night a creature calling himself Onikage Led an army of ninja like demons On an attack against one of Lord Goda's castles Onikage and his servants have strength Far beyond that of ordinary men They were able to quickly overwhelm the guards And kill all of the castle's residents Onikage is now making preparations to invade the town He must be stopped The castle is heavily fortified and well defended A frontal assault is impossible You must infiltrate the castle And eradicate the enemies from within Ach du scheiße Onikage hat das Schloss Goda erobert Krass Okay Ja das ist heftig Während wir halt auf dem Weg waren Die Kräuter für Prinzessin Kiko zu holen Hat Onikage halt Ja das ausgenutzt Und ist einfach mal feige in die Festung eingedrungen Und hat da alles erobert Und wir sollen jetzt von innen drin alles Alles von ihm vernichten Was für ein Schwein Naja egal Also ich hatte echt erwartet Dass der Rang schlechter wird Joa Aber egal Das nehme ich so an Und genau Dann würde ich sagen Bedanke ich mich wie immer Für alle die zugeschaut haben An alle die zugeschaut haben Und ja Wie ihm es gefallen hat Wie immer Der lässt doch gern bitte Ein Like oder Abo da Und ja genau Würde ich sagen Schneide ich das jetzt zusammen Und dann wünsche ich euch noch Einen schönen Abend Oder schönen Tag Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal